Ein Schlag Oliver wählt, gegen den Linkssensor Kostatin Kostatinov, und das war dann auch schon der Matchball. Philipp Berg spielt gegen den Vereinskollegen vom letzten Jahr, beide haben ja in der vergangenen Saison dann Kostatin gespielt. Da gab es dann allerdings zum Saisonwechsel ziemliche Auflösungserscheinungen, sodass Norbert Speckner jetzt bei der Spielvereinigung Erlangen spielt. Und Philipp Berg ist zum GV Altdorf bei Nürnberg gewechselt. Die versuchen da gemeinsam den Ausstieg in die Oberliga. Eine junge, hochmotivierte Mannschaft. Kostatin Energium Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. In der A-Klasse nochmal gemütet.